Liebe Freunde, keiner mag sie, ja? Das kann man auch verstehen, denn Hass macht hässlich. Das ist übrigens der Grund, Hass macht hässlich. Das ist auch der Grund, warum ich hier so viele Koksnasen und Kinderschänder sehe. Liebe Freunde, ich sag euch eins, die AfD ist eine Schande für Deutschland und eine Schande für jedes deutsche Parlament, liebe Freunde. Da können sie noch so blöd oder so hässlich sein. Keiner braucht sie. Wahrscheinlich war das die Generation vorher auch so. Man liest und hört ja, dass eure Eltern meistens Geschwister waren. Und wenn ich mir das eine oder andere Gesicht genauer anschaue, meine Damen und Herren, dann habe ich fast den Eindruck, als wären die Haustiere auch nicht weit gewesen. Vielen Dank und jetzt zum Höhepunkt des Abends. Sie gilt, um beim Sex zu bleiben, als wandelnde Matratze. Produkt zumindest politischer Inzucht, die Hackfresse der Nation. Alice Weidel, ich hoffe, sie ist noch da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020